In diesem Akkordeon handelt es sich um ein Hohner Regina. Solche Instrumente wurden für die Wandervögel produziert, damit man das Pässig im Rucksack mit sich herum tragen konnte und dann im Wald und auf der Flur Lieder drauf spielen. Es ist ein kleines Akkordeon, aber durchaus für große Menschen gebaut. Jetzt spiele ich ein paar Töne drauf. Untertitelung des ZDF, 2020